Hallo mein Name ist Philipp und ich mache hier jetzt mal auf dem ganz großen Kanal ein Tutorial über Motion Tracking. Ich soll hier ein Videoclip von Black Ops 2, einer Map von der ich keine Ahnung habe wie der heißt. Über diesen russischen Schriftzug hier einen anderen Schriftzug drüber bringen und dann nochmal hier hinten an der Wand also hier so drüber schwebend oder so dann nochmal ein und als allererstes werde ich gucken ab wann ich anfangen will also der kommt da drüber also wird da schon gezeigt. Ich werde das Video jetzt aber verkürzen um was ab hier den Schriftzug zu bringen und jetzt kompliziere ich das Video einmal und tun mir den Bereich rausschneiden in dem und dann das. Ich werde mit Kamera verfolgen was werde ich machen um hier dann die einzelnen Punkte zu finden also das finde dann die einzelne Punkte um hier da Objekte wie zum Beispiel die Schrift halt dran zu binden ja hier geht schon raus und dann werde ich jetzt hier, Arbeitsbereich, Motion Tracking, das Video auswählen was gequackt werden soll ja so dann analysiert er das im Hintergrund also heißt wir könnten jetzt hier auch noch an weiteren Videos arbeiten oder so also dann sind 365, 85, 85 Bilder und eine Minute na gut mach ich keinen Schnitt kann ich ja dann schon mal erklären hier gut das ist jetzt ein bisschen Bild aber ja die Schrift ist ja dann hier hinter also die schwebt über dieser russische Schrift und dann wenn ich jetzt hier das gleich mache dann ist hier einfach nur auf dem Bild drauf und verschwindet zum Beispiel nicht hinter der Hausecke oder dann auch dieser Laterne hier und da werde ich dann mit Masken arbeiten und diese Maske werde ich dann animieren zu dem Video das geht eigentlich relativ schnell aber seht ihr dann auch so Lösung für Kamera gut dann das auswählen und dann sieht man schon er hat hier ziemlich viele Kreuze gemacht und das sind dann halt die einzelnen Punkte an denen wir jetzt Sachen festbinden können so das ist ja toll mein Antiprogramm ja so ich habe da richtig viele gefunden das ist sehr gut ja beim Motion Tracking ist das hier ist eine 720 also HD Ready Aufnahme vorher hatte ich jetzt hier eine Full HD Aufnahme und das ist wirklich wichtig also da Full HD hat ja mehr Pixel logischerweise als HD Ready und das da ist schon da das Adobe After Effects schon da wirklich schwierig also hier die Kamera verfolgen das Plugin oder was das ist ich weiß jetzt nicht wie ich es nennen soll ähm hat es schon ziemlich schwierig da dann die einzelnen Dings zu finden und da hat es hierbei hier hinten überhaupt nichts gefunden gehabt weil dann wirklich die Pixel zu klein war wo es sich immer wieder festhalten konnte und da ist so eine HD Ready Aufnahme dann wirklich schon viel besser als man sieht hier richtig viele da hat es da vorher bei dem Dach hier nichts gefunden gehabt also schon gut und ähm ja suche mir hier so eine Stelle raus wo ich die Kirchturm sehe weil man sieht ja hinten als erstes nur den äh den Kirchturm oder ja das ist eigentlich ein Kirchturm aber oder doch ne egal den Turm halt und dann dann das Dach das Dach der Turm verschwindet also somit sind dann auch die Bilder aus dem Bild dann kommt das Dach äh die Bilder aus dem Bild die Punkte aus dem Bild meine ich jetzt gehe ich an hier wo man den Kirchturm sieht den Turm halt so und jetzt packe ich die hier hinten und mache ziehe einmal komplett rum dass ich so die ganzen hier habe und mache Text und Kamera erstellen so und jetzt müsste der Text klar bleiben wo er jetzt steht ja außer einer kleinen Bewegung aber das liegt halt ja neben hier bleibt er wirklich hier wo er soll jetzt tue ich den Text ausrichten erstmal wieder Standard ok das ist jetzt auch noch ein kleiner Fehler hier steht müsste normalerweise nicht gut große Zahl sein aber egal so hier stehen wir jetzt relativ relativ gut zu dem wo ich das ausrichten kann so der Text der hier hinkommen soll na ist der hier ist der hier Shot Motion Ender den mal um wow ja ok das ist kacke also um den hier nach ganz oben ziehen und dann nochmal neu die Aufnahme anwählen dann das hier jetzt wieder zum gleichen da so so das ist vielleicht sogar noch besser hier mal mehr mal mehr Dings von dem hier nehmen von der von dem Turm und den Text erstellen so jetzt richtig den Text ja jetzt sieht man es auch schon viel besser wie er wirklich hier dran ist und ähm hier sieht man jetzt das was ich meine der Text ist ja jetzt über den Bild übergeordnet hier und damit er dann halt auch drunter ist erstellen wir Masken kopieren die Aufnahme die dann halt wieder drüber liegt aber das zeige ich gleich alles noch da schwebt jetzt hier wirklich schön durch also da bleibt hier wirklich hängen und handy wer die Aufnahmen sind bei Motion Tag wirklich schön ähm das Beste und tue ich jetzt den Text wieder neu ausrichten erstmal kleiner machen weil jetzt haben wir ja hier viel mehr Pixel für den Text da um den wirklich optimal da anzupassen dahinter kleiner hier mal das Textwerkzeug nehmen und den gleich auch schon mal umändern in dem so und jetzt war ich hier mal drüber und er ist muss noch ein bisschen weiter zurück und runter so noch ein bisschen runter so und größer so ich gebe jetzt mal eine andere Farbe damit man besser sieht ich denke mal so ein Orangeton dann kann man jetzt hier auch na der bleibt da ist da schon eine gute Stelle oder vielleicht ein bisschen länger denn die Stinks muss man halt wirklich viel rumprobieren auch aber das sieht schon so gut aus so hier hinten gerade dann aus der Bahn also das fängt dann an scheiße auszusehen aber mal gucken so erstmal hier ändern weil dann kommt passiert das die Schrift hier hinten zur Kamera mit anpassen die Schrift hier hinten zur Kamera mit anpassen so jetzt spiele ich das mal in Echtseiter da gucken wir das mal so an so ich denke mal sieht schon so gut aus oder so und jetzt kommen wir zu dem was ich meinte. Dazu tue ich die Aufnahme mal duplizieren. Und fange jetzt an eine Maske zu erstellen, erstmal bei der Kirche, die man hier am Anfang sieht. Und tue das hier an der Kante entlang fahren. Jetzt kommt die Schrift dazwischen und man sieht schon, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das muss hier hin, das muss dazwischen. So, dass die Schrift dahinter ist. Und wenn man jetzt hier guckt, der fährt jetzt immer mit. Und das habe ich jetzt so gelöst. Ich denke mal, das ist die schnellste und auch einfachste Masken hier aufklappen und dann Maskenfahrt. Dann gehe ich hier mal ein bisschen rein. Zu weit. Gehe mal so ein bisschen vor. Und nehme jetzt das hier einfach nur, also tue wieder alle markieren, alle Punkte. Und dann kann ich ja alle Punkte markieren. Ich nehme ich einen Punkt und kann die halt jetzt hier so da lang fahren und wieder dem anfassen. Und jetzt ist hier unten halt nur der Keyframe dazu gekommen. Und dann gehe ich ein bisschen weg. Nehme wieder hier so ein Punkt. Kann dem Video hier anfassen. Und jetzt ist er ja schon drüber. Jetzt in dem Moment, wo er drüber ist, nehme ich das Ding einfach nur und schiebe es weg. Außerhalb des Bildes. Jetzt mal abspielen. Und ja. Das geht denke ich auch so schon. Das sind halt. Man sieht das nicht so, weil das gleich am Anfang ist. Aber es sind halt so kleine Details, die es alles relativ realistisch verwirken lassen. Okay. Hier haben wir noch einen Fehler. Und hier verschwindet die nur nach hinten, damit ich dann nicht mehr ein Bild stört. So. Jetzt kommt das dran. Dazu nehme ich erstmal wieder Kurse machen. Hier die Aufnahmen wieder. Dupliziere sie. Steuerung C markieren und Schleim V oder Steuerung und D ist. Ja. Steuerung D ist dann gleich dupliziert. Also mit Steuerung D drückt. Nach ganz oben. So. Und jetzt. Hier unten ziehen. Und so hat man das anfängt zu stören. Ich nehme einfach mal ab hier. Ziehe wieder nach oben. Und erstelle jetzt wieder Maske. Na. Irgendwas stimmt mit meinem Haus nicht. Mit Squirt. Und fang an. Das Ding hier. Auszuschneiden. Das muss jetzt auch nicht ganz so schön sein, weil es ja eh wirklich nur so ein paar Sekunden, äh, so ein paar Millisekunden. Ja. Und man sieht schon, dann ist in dem Video halt nur wirklich der Bereich hier sichtbar. Den könnte ich jetzt auch hier irgendwo hinschieben. Hab die Lampe halt hier effekt ausgeschnitten und drüber. Steuerung C ist wieder rückgängig. Und. Und. Glaub ich das mal wieder alles auf. Ah. Klar. Drück. Steuerung C. Verdammt was jetzt passiert. Ah. Zweit. Steuerung C gemacht. Ich will doch jetzt einfach Arsch. Das wieder schließen hier. Ah. Jetzt aber. Ich nehme das und schiebe das da wieder so dran. Man kann hier auch. Die einzelnen Punkte nehmen. Und verschieben. Das geht auch alles. Ah. Jetzt kommt es aber. Das ist jetzt das Wichtigste hier. Und. Ich nehme das. Maskenfahrt auswählen, dann sind halt alle gleich auf markiert. Und dann kann ich das hier komplett rumziehen. Die Ruhe. Ist halt alles ein bisschen Frickelarbeit hier auch, also. Aber man braucht das eigentlich ja nicht ganz so, ob er genau machen. Gut. Na jetzt ist er halt dahinter verschwunden. Stört sonst noch irgendwas? Ja. Jetzt haben wir das hier wieder, dann ziehen wir einfach am Ende die hier wieder weg. Ganz raus. Und können auch noch die zwei rauswählen und dann auch noch hier ab hier so geenden lassen. Damit es halt wirklich ganz weg sind. Und... ... ... ... ... ... ... ... ... eigentlich nicht. Nur so, warum das Kamera verfolgen heißt, kann ich auch nochmal zeigen. Weil wenn wir hier jetzt von oben machen und ich hier die Kamera auswähle, dann sieht man, die Kamera hat wirklich hier ganz viele, also bei jedem Bild... ... ... ... ... ... Und das spielt da ganz normal ab. Und die Kamera fährt halt so lang. Das könnte man da in Tiro die Schauer abschalten. O, schalten. Die zwei. Und die fahren... Aha, gut, das sieht man jetzt. Die beiden hier. Die fahren hier so lang. Also die Kamera fährt hier so lang. Ja, gut. Dann, mal schauen. Bis zum nächsten Mal, wenn ich mal wieder Tutorial über irgendwas mache. Mit Adobe After Effects. Und ja. Also, habe ich vergeben... Ich weiß nicht, ob ich vorhin gesagt habe, dass diese Methode nur bei Adobe After Effects CS6 geht. Bei den vorigen Teilen, da ist das Kameraverfolgen nicht dabei. Ja. Und das ist ja wirklich auch richtig easy und nimmt eine Menge Arbeit ab. Weil vorher musste man wirklich diese einzelnen Keyframes in einem extra Programm machen und das dann alles wieder in Adobe After Effects einfügen, damit man das dann alles wieder machen kann mit dem. Und das ist wirklich kompliziert und jetzt geht das ja an einem Schritt. Vollautomatisch alles. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht dieesselten passt. Okay. Das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt. Ich bin ja auch ein gut. Das ist das ein Punkt. Das ist das so, das ist ja auch ein Punkt. Das ist ja auch ein Punkt. Und das ist ein Punkt.